Wir fühlen uns als österreichisches Parlament verpflichtet, dieses Thema der Barrierefreiheit voranzutreiben. Es ist unsere Aufgabe, das Bewusstsein in der Gesellschaft zu verändern in dieser Richtung. Eine Zukunft für alle und zwar eine barrierefreie Zukunft. All das wollen wir heute gemeinsam machen, eine Diskussion anregen und hier einen Austausch zwischen Politik, zwischen Entscheidern und den Innovationsträgern aus der barrierefreien Welt voranzutreiben. Wir suchen jedes Jahr nach ganz innovativen Ansätzen. Wir bekommen in etwa zwischen fünf und siebenhundert Nominierungen. Wir werden Ihnen fünf Innovationen vorstellen, die wirklich bewegen. Kommen wir jetzt zu diesen fünf, die wir gerne mit den österreichischen Parlamentariern kurzschließen wollten. Accessible Zagreb ist ein Web- und App-Service von der Stadt Zagreb aus der Kroatien, die detaillte Informationen über die Accessibility. Zusammen haben wir eine Methodologie entwickelt, die die Accessibility-Regulation für Menschen mit Disabilities und Personen mit reduziertem Mobilität. Ich darf hier den Präsidenten Hofer zusammenfassen. Er wird nach Zagreb reisen mit einer Delegation sich das Projekt im Detail anschauen und dann versuchen österreichische Bürgermeister zu motivieren, hier mitzumachen. Ich kann nur bekräftigen, laden Sie sich die App Be My Eyes herunter. Ich kann nur bekräftigen, laden Sie sich die App Be My Eyes herunter. Registrieren Sie sich und unterstützen Sie blinde und sehbehinderte Menschen in Ihrem Alltag. Weil viele Homepages auch in Österreich, vor allem auch unserer Regierung und Landesregierungen immer noch nicht den Anforderungen der Barrierefreiheit entsprechen. The Online Accessibility Toolkit, published by the Regional Government of Southern Australia, is a free and publicly available set of tools for making websites and online solutions more accessible. We have to make services accessible to everyone, so that was what we had to implement. And join our community of practice, of people sharing best practice, how do you do things, sharing tips. So there's a genuine movement and groundswell of support for this, that people are so excited by. VoiceIt is an app that uses AI to recognize the speech patterns of its users and enables people with speech disabilities to communicate in their own voice. Voice technology has the potential to provide a whole new dimension of independence and quality of life for people with disabilities. I invite you to a round table and the interested people from the government will participate. And I hope that we can also have one or another view today. IHARP, a digital musical instrument controlled by eye and head movements. Musicians can play melodies by looking at the notes on the screen. Ich werde mich als Abgeordnete dafür einsetzen, dass viele Menschen in den Genuss von IHARP kommen. Und ich freue mich darauf, bei diesem Projekt mit Zero Project zusammenarbeiten zu dürfen. Was war das berührendste Erlebnis? Bezüglich der Dimension der Barrierefreiheit. So viele tolle Projekte. Nützliche Informationen. Diese tolle Entwicklung. Gratulieren zu dieser Veranstaltung. Wenn Menschen mit Behinderung den Zugang haben, an unserer Gesellschaft teilzuhaben, dann werden wir die Gesellschaft gemeinsam nach vorne bringen und alle profitieren davon. Dass wir eine Welt haben, wo es keine Barrieren mehr gibt. Eine Welt für alle. Ich freue mich und ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr Sie dann in unserem angestammten Hause begrüßen darf. Ein weiteres. Ein weiteres. Untertitelung des ZDF für funk, 2017